Sie sagten, Herr Wolf verfolge eine Agenda. Was meinten Sie damit genau? Die Wohlvergenda. Die Eitelkeit. Dieses, ich hasse es, wenn Politiker nach langer Tätigkeit so eitel wären, dass sie glauben, sie sind es und nicht das Amt. Und das ist bei den Journalisten genauso. Wenn Journalisten glauben, sie sind es und nicht die Aufgabe, weil sie können ja bei jedem Journalisten den Fernsehschirm wegnehmen, und die Bedeutung geht ja massiv runter. Ich finde, man hat Dankbarkeit zu empfinden, dass man diese Chance hat, jeden Tag. Und man soll das dem eigenen Sender gegenüber auch zum Ausdruck bringen. Das ist ein Prinzip von mir. Aber darf er dann keine kritischen Interviews führen? Na, ganz im Gegenteil. Das habe ich überall und jederzeit und immer gesagt. Ein Politiker, der nicht ganz blöd ist, hat er das gern. Denn nur, erstens ist es für ihn gut, wenn keine Frau ihn fragt, weil bei der Frau darf er nicht so scharf antworten wie bei einem Mann, das sind die Mechanismen. Und zweitens, je schärfer er gefragt wird, umso schärfer kann er antworten. Jedes, jede scharfe Frage ist erlaubt. Daher ist es lächerlich, von der Bedrohung der Pressefreiheit zu reden. Wo ist die Bedrohung der Pressefreiheit, wenn man sagt, das Interview war schlecht? Ich sage, es war schlecht. Aber wieso finden Sie denn dann kritische Interviews eitel? Ich habe nichts gegen kritische Interviews. Ich habe was dagegen, und auch das habe ich klargestellt, ich habe was dagegen, jeden kleinen Blödsinn mit der NSDAP zu vergleichen. Das ist ja unfassbar. Das leistet ja Vorschub für die Wiederbetätigung. Weil wenn das eh nicht so arg war, kann man ja leicht so etwas wieder machen. Ja, aber die Figuren waren doch schon recht ähnlich. Die Figuren haben in einer grafisch schlechten Form das Fremde ausgedrückt. Okay. Jetzt kann man politisch durchaus dagegen sein, dass das Fremde weniger Rechte haben soll als das eigene. Man kann aber auch politisch sagen, ich will, dass das eigene, also die eigene Bevölkerung, mehr Rechte hat. Und ich kann es gut oder schlecht grafisch ausdrücken. Das war kein Berufsplakat. Das war nicht der Grafiker, der gegen Bezahlung ein Plakat macht. Herr Wolf sagt jetzt selbst, dass der ORF inzwischen der Hauptgegner, aus seiner Sicht der Hauptgegner der FPÖ sei, den sie bei jedem Wahlkampf angreife. Hat er recht damit? Also, das ist lächerlich. Aber es stimmt, dass Teile der FPÖ, nie die ganze FPÖ, Teile der FPÖ, aus Gründen, die ich nicht teile und nicht schätze und mir nicht wünsche, meinen, sie können bei ganz bestimmten Wählern punkten, wenn sie den ORF angreifen. War der Vergleich mit dem Stürmer ein Fehler? Es ist ein Fehler, in einer allgemeinen, aufgehetzten politischen Stimmung als Chefredakteur, der Herr Wolf ja ist, Stellvertreter der Chefredakteur, irgendetwas mit NS-Vergleich zu bringen. Wenn er einen Gast einlädt über Europa, und er glaubt unbedingt, er muss über ein Jugendplakat, das vor einem Jahr, also ein Jahr vorher gemacht worden ist, reden, kann er ihm die Frage natürlich stellen. Aber er hat ja mit der Fragestellung Stürmer, hat er ja in Wahrheit schon ein Urteil gesprochen. Das halte ich für den Fehler. Abgesehen davon, dass es nichts damit zu tun hat. Der Vergleich, da ging es ja nur darum, dass das Fremdenbild, das Bild des Fremden, dass das ähnlich ist, dass das ähnlich auf jeden Fall gezeichnet ist bei den beiden Zeichnungen. Auf diese Ähnlichkeit wollte er mit diesem Vergleich hinweisen. Nein, bitte, Entschuldigung. Also erstens einmal, die wirkliche Gemeinheit war ja das Ermorden von Juden, das kann man doch alles nicht gleichstellen. Die sind ja nicht gekommen und bekämpft waren, das waren ja Bürger. In Deutschland, in Österreich waren die jüdischen Mitbürger, zum Teil die größten Literalen, Literater Stefan Zweig oder Musiker Gustav Mahler, das waren ja unsere Bürger, das waren die Träger der europäischen Kultur. Und es ist doch ein Unterschied, wenn eine politische Gruppe jetzt dagegen auftritt, dass Fremde kommen. Im Übrigen hat Österreicher es überhaupt nicht fremdenfeindlich, er hat nur gern die Fremden, wenn sie kommen und Geld da lassen. Aber wo ist denn das Problem, wenn Herr Wolf diese Ähnlichkeit sieht und auf diese Ähnlichkeit hinweist? Natürlich, ich hätte nicht so geantwortet. Aber ein Generalsekretär im Wahlkampf und der Spitzenkandidat antwortet halt dann aus seiner Sicht, also aus meiner Sicht sehr scharf. Hat Herr Wilimsky auch eine Agenda verfolgt? Da bin ich ganz sicher. Wir können doch nicht glauben, dass ein Generalsekretär einer Partei zu einem Interview kommt und sich vorher nicht überlegt, was er dort anbringen will. Bitte, der Journalist hat eine Agenda und der Politiker. Aber es ist doch ein ganz schwerer Fehler, dass der Herr Wolf, das muss ich jetzt überhaupt sagen, das hat, glaube ich, überhaupt noch niemand gesagt. Wir wissen seit Jahren, dass relativ viele Journalisten links sind in Österreich. Wir wissen, dass relativ viele davon im ORF sind. Wir wissen, dass sie ständig auch helfen wollen den linken Parteien. Und ständig geht es mit den linken Parteien bergab. Das sollten doch einmal die Journalisten sich selber fragen. Ich bin überhaupt sehr für Selbstkritik, ob sie das richtig machen. Halb Europa diskutierte jetzt in den letzten Tagen über Österreich, dass da die Pressefreiheit in Gefahr sei oder nicht. Waren die Forderungen nach Absetzung des Moderators ein Fehler gewesen im Rückblick jetzt vor allem? Nein, ich habe die Forderung nicht erhoben, aber ich stehe nicht an zu sagen, dass es zu weit geht. Und ich weiß, dass der Parteiobmann der Freiheitlichen Partei meiner Meinung ist, nämlich dass die Absetzungsforderung ein Fehler war. Aber ich möchte ganz gerne, dass führende Journalisten aus Eitelkeit und aus Selbstverliebtheit nicht vergessen sollen, was sie dem Unternehmen verdanken. Und dass ihre Aufgabe die Weiterentwicklung der Demokratie ist, was eine schwierige Aufgabe ist, ihre Aufgabe auch ist, Themen zu bringen, auch unangenehme für einzelne Parteien. Alles keine Frage. Aber nicht aus Eitelkeit sich selbst erhöhen sollen, sondern an den Mehrwert für das Publikum zu denken haben. Themen setzen, ja. Informationen bringen, ja. Scharfe Interviews machen, ja. Aber nicht politisch tätig sein. Wo ziehen Sie denn da die Grenze? Wenn eine Kampagne läuft, jetzt über Wochen, linke Kampagne, Einzelfälle, hörst du ja Begriff, und dann macht man aus dem siebten Zwerg von links im rechts natürlich in Niederösterreich den großen Nazi-Popanz. Und dann wird im Zusammenhang mit der Europawahl und mit rechten Parteien plötzlich der Nationalsozialismus mit der Zeitung Stürmer herbeizitiert. An einem Jugendplakat, das ein Jahr alt ist, aus der Steiermark. Dann ist es die Fortsetzung, Vertiefung, Verschärfung einer emotionalen Strömung, die da heißt, die Nazis stehen vor der Tür, wovon ja keine Rede ist in Österreich. Österreich ist ein liebenswertes Land, wo die große Welt im Kleinen ihre Probe hält. Jetzt ist Österreich von Reporter ohne Grenzen von Platz 11 auf Platz 16 herabgestuft worden. Auch wegen Angriffen, wegen der Angriffe auf Journalisten. Solche Angriffe, wie jetzt auch wieder stattgefunden haben. Also im Fußball wäre ich froh, wenn wir nur auf Platz 16 zurückfallen. Man muss aber schon auch immer wissen, im Fußball gibt es Matches und Ergebnisse. Bei dieser Reporter ohne Grenzen Geschichte geht es um eine Privatvereinigung. Und eine Person aus Österreich hat das so eingeschickt. Und diese eine Person ist im Bund sozialistischer Akademiker Funktionär. Also was soll's. Dessen Bewertung ist halt so. Meine ist nicht so. Also egal? Nein, ich sage, meine Bewertung ist nicht so. Es stimmt diese Bewertung einfach nicht. Kritiker sagen jetzt, dieses Gesetz und die Reformen, die sie gerade machen, damit wollten sie nur den ORF mundtot sparen. Ach, okay, bitte. Ja, was heißt Kritiker? Das sind Unterstellungen. Und natürlich kann man Unterstellungen machen. Sagen Sie mir ein einziges Beispiel, wo einem Journalisten im ORF etwas Ernsthaftes passiert ist, deswegen, weil er eine Meinung vertreten. Dann sagen Sie mir ein Beispiel und ich werde entsprechend reagieren. Sie werden mir keines nennen können. Unterstellungen in der Nähe des Jahrhunders qui vertreten. Und natürlich Lanternommern. Wirheimer!